Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu Giants, Citizen Kabuto. Und ihr seht ja schon, wir uns erwartet etwas völlig anderes. Und what the fuck, warum trägt sie eigentlich jetzt ein BH und sonst läuft sie eigentlich immer ohne BH rum? Aber ihr werdet es schon sehen. Ich wusste, du würdest kommen, mein Kind. Ich habe deine Gegenwart gesplott. Ah, du hast eine Zwillingsschwester. Äh, eigentlich habe ich keine Schwester. Ha, du hast recht. Gut gemacht, das war dein erster Test. Jetzt lass uns mit deiner Ausbildung fortfahren, meine Kleine. Folge diesem Licht. Es wird dich zum Tor einer jeden Prüfung führen. Du musst dort eine neue Arbeit des Smarties holen und ihn zu mir zurückbringen. Ich werde dir mehr Macht geben für jeden Smarties, den du rettest. Und wir sollen jetzt erstmal einen Smartie holen. Und das machen wir auch mal ganz schnell. Und schwimmen dabei. Und werden diesen Sea Reaper gleich umbringen. Weil wir ein Biest sind. Genau wie diesen Sea Reaper. Los, schlitz, 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 schlitz. Cool. Okay. Warum kann das Ding schwimmen? Ich kann es nicht angreifen im Wasser. Wie uncool. So, geht doch. Yay. Noch irgendwo was? Oh, ein Sea Reaper. Es fällt dir ein, du Stück Scheiße. Okay. Und im Wasser regenerieren wir uns. Weil wir irgendwie so ein... Delfin-ähliches Geschöpf sind. Wir sind so grazil und... Fick dich, du Scheißdenk. Fick dich. Was war das? Wo kommt das denn her? Egal. Einfach schnell den Smartie holen. Und ein bisschen schwimmen. Die Heilung ist nicht schlecht im Wasser. Wie er uns trifft, ey. Fick dich. Und... Äh, falls ich jetzt frage, warum ich nicht mit dem Bogen kämpfe. Ich kann es euch mal zeigen. Wie viel Schaden der macht. Ja, ihr seht das. Ich muss den Schuss immer aufladen. Und das macht wenig Schaden. Und ich treffe auch gar nicht. Egal. Ihr seht, es ist lutscht. Das Schwert... Mit dem Schwert muss man in den Nahkampf, aber... Dafür lohnt es sich auch. Weil man einfach Schaden reinkloppt. Und ich bin voll zu go. Mit Delphi lieber Schwert. Irgendwie. Haha, hallo Smartie. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ähm... Ob ihr das jetzt alle erwartet habt, aber... Wir spielen auch noch einen anderen Charakter später. Also, zu dem sag ich jetzt mal nichts. Ich wollte das auch eigentlich gar nicht... Ähm, so groß erzählen. Also, wer die Meckel-Story vielleicht nicht so sehr gemacht hatte, mag jetzt vielleicht mehr die Delphi-Story. Ich weiß es ja nicht. Ich meine, es ist ein ganz anderes Ding. Bin noch gespannt, welche Magie-Zauber wir noch alles kriegen und so. Das habe ich nämlich alles nicht mehr so ganz genau im Kopf. Der kleine Smartie fliegt immer mit uns. Das ist doch schön. Jan, wir kommen wieder. Mit Beute. Oder so ähnlich. Springen können wir auch nicht. Wir können nur gehen und schlagen. Katzin. Du warst mir eine gute Schülerin, mein Kind. Dafür gebe ich dir nun den Seifenblasenzauber. Nun, folge dem Licht zum nächsten Tor. Und bringe einen anderen Smartie zurück. Alles klar. Durchs nächste Tor. Und einen neuen Smartie. Jetzt können wir auch aus der Entfernung Smarties uns greifen, sag ich mal. Warte mal, ich will auf die Karte gucken. Ja, das ist ein kleiner Weg bis dahin. Ach, jetzt wird es auch ein bisschen mehr Schnitzel geben. Ich finde es am Anfang noch relativ schwer, mit Delphi zu spielen. Weil wir gerade so viel kämpfen. Und, äh, nur bei der Nahkampf halt so richtig. Komm, geh kaputt. Ich verstehe mich etwas hier unter, weil die machen dann ihren Turm selbst kaputt und das ist blöd von denen. Yay. Wir sind intelligent. Kann ich den selber noch kaputt machen, irgendwie? Ja, stimmt. So, wo sind die? Zwieper. Das ist einer. Und der ist tot. Du stirbst auch. Die Ripper mache ich auch noch eben kalt. Schnitz, schlitz, 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 schlitz. Und den hier. Yay. Also, ja, das Schwert mag ich. Blam, blam. Ja, schlitz, schlitz. Ah, so. Und auch den Kappersachen. Wow, da haben es richtig Schaden gemacht. Und ich glaube, wir haben auch viel mehr Leben als ein einzelner Meckis. Meckis, das klingt so komisch. Schade, dass die Falle nicht so stark sind, weil irgendwie wäre das cool. Wären sie stark. Ich glaube, das Smarty ist da irgendwo. Letztes Mal, als ich hier die Story mal kurz eingespielt habe, habe ich hier links halt, habe ich mich durchgeschlitzt. Jetzt versuche ich mal den, äh, ja. Mann, wohin kenne ich den, achso. Ja, gut, den Zauber aktiviert. Über und ab. Yay. Wo ist er? Da. Okay. Ja, klappt doch alles ganz gut. Die nächste Mission wird schon um einige schwerer. Ich glaube, die dritte, ja, es sind drei kleine Missionen am Anfang erst mal und mal gucken, ob ich die dritte noch in den Kasten kriege. In den Kasten, haha. Klingt so anspruchsvoll. Wow, wow. Dieses scheiß Hero mit ihren Waffen. Naja. So. Dann mal sehen, was unser nächster Auftrag sein wird. Ah, du weißt deine Kräfte einzubringen. Du hast jetzt die großartigste aller Eigenschaften der Reaper. Die Fähigkeit zum Turnieren folge dem nächsten Licht. Es wird dich zu mir führen und zu deiner letzten Prüfung. Ja, jetzt haben wir eine geile Fähigkeit, nämlich, wie er schon sagte, den Turbo. Jetzt können wir so rumspringen. Ja, genau so. Und wir müssen gleich ein paar Gegner schnitzeln. Moment, kann ich da schon hin? Ja. Yay, seht ihr? Das macht Spaß. Geh kaputt. So, was kann ich hier? Kann ich mal so ein Geschäft rausnehmen? Tatsächlich. Heilung? Cluster? Was ist denn das für Zauber? Irgendwann nehme ich einfach alles mit. Sniperbogen, klar. Cool. The fuck? Ähm, fünf? Moment mal. Das habe ich letztes Mal nicht gefunden, um ehrlich zu sein. Ich habe mich geheilt. Moment. Ich muss mal kurz die Steuerung gucken. Äh, weil ich... ...habe nicht den gleichen... ...Zoom-Knopf. Was... ...Wir haben wir das denn? Lalalala. Ich will nur zoomen. Hereinzoomen. Y. Hä? Habe ich doch. Ich hoffe das nicht. Z, hier. Kann ich damit nicht zoomen? Doch. So. Okay. Okay. Sie kommt. Huuu. Also die Zeit verlangsamt. Raus hier. Ja, die Rikes kann auch zaubern. So, wo bist du? Feindsägliches Stück Scheiße. Ich zerschneide dich. Bleib hier. Ja, so. Yay, den ersten Rike, den wir besiegt haben. Yay, yay, yay. Oh Gott, halte an, halte an. So, heute wollte ich gar nicht springen. Wow, springen macht echt Spaß. Aber es ist gefährlich. Jetzt krieg ich noch so viel Zauber. Oh. Wusste ich nicht. Ich kauf mir nochmal. Ein paar Sachen. Zum Beispiel die Heilung der. Sniperbogen nachkaufen. Und. Den Cluster Zauber. Okay, springen wir erstmal rüber. So. Jetzt müssen wir auch schon nach. Ausschau nach neuen Gegnern halten. Ist hier irgendwo was? Ich kann auch mal eben auf C gucken. Ah, das ist noch ein bisschen entfernt. Ich sehe noch nichts. Da hinten auf Merk ist was. Stirb, Hexe. Okay, sie kommt durch den Berg hoch. Ich versuche mal den Cluster zu zaubern. Nicht getroffen. Wow, 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 wow. The fuck. Ach da. Ist noch andere von mir. Wo sind sie? Was machen sie? Okay. Ich sollte wieder hochgehen. Ah, den zerschneide ich jetzt. Den ist, der ist auch der, den ich angestehlt habe. Bleib stehen. Wow. Wow, 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 wow. What the fuck? Ich muss hier weg. Heftig war das knapp. Die haben es mir richtig gegeben. Ab in den Laden. Noch nicht. Seht mich dann kein Rike. Okay, das sind echt harte Gegner, die Rikes. Und darauf war ich nicht eingestellt. Ah, Heilung, 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 Heilung. Heilung. Sniper. Cluster. Teleport. Was auch immer. Schrumpfen. Okay, okay. Da ist ein Rike. Vor der Tür. Wo ist er? Ne, war hier doch noch einer. Oh, das ist er. Bleib hier. What the fuck? What the fuck? Die haben hier scheiß Clusterzauber. Warum traf ich ihn nie so gut mit dem? Wo sind sie? Wo sind sie, Mann? Die spritzen auf, was gar nichts mehr bringen. What the fuck? What the fuck? Wo sind sie hier? Hier, nehmt das. Ich hab doch einen Clusterzauber gemacht, oder nicht? Mann, nie treffe ich. Ich stirb doch einfach. What the fuck? Wieso können die so gut mit Zauber umgehen? Hätte ich nicht. Okay, Leute, das war es erstmal. Aber das nächste Mal versuchen wir es nochmal. Ich bin draußen. Und dann, ich weiß nicht. ARD Text im Auftrag von Funk